Die Größe... Ja! Oh, Nora könnte mir auch hier tot sein. Das tut den Spaß der Füße. In Aqua Arcadia wimmelt es nur so vor diesen fiesen Armwächtern. Als wir letztes Mal dort waren, hatten wir eine 20-köpfige Wachmannschaft. Das war's für heute. Wie ich sehe, hast du meine... Ja, ich bin Leonis Frau.